Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Donnerstag, den 27. August. Gut, wir beginnen heute einmal mit den Konjunkturdaten, weil am heutigen Nachmittag um 15.10 Uhr hier die Eröffnungsrede stattfindet von Fed-Präsident Jerome Powell zum Jackson Hole Symposium. Volkswerte erwarten hier weitere Lockerungen der US-Notenbank Fed, was dann den Aktienmärkten weiteren Auftrieb geben könnte. Also ab 3 Uhr am heutigen Nachmittag könnte es dann weiter spannend werden, da könnten neue Impulse kommen, die dann die Aktienmärkte weiter hochtreiben könnten. Gut, dann machen wir weiter mit einem Rückblick auf den Vortag. Wir haben hier am Vortag zunächst deutlich tiefer eröffnet und sind hier fast bis 13.000 Punkte wieder zurückgekommen. Danach konnten wir uns dann wieder erholen und über unsere Signallinie ansteigen im Tageshandel bei 13.100 Punkten und damit dann Stärke andeuten. Und dann letztendlich auch hier in unseren Short-Bereich dann ansteigen zwischen 13.150 und 13.200 Punkten. Der Long-Bereich wurde hier knapp verfehlt. Wir hatten hier den Long-Bereich angefangen von 13.000 Punkten dann runter bis 12.950 Punkte. Das Tagestief lag bei 13.010 Punkten und danach ging es dann wieder bergauf. Am heutigen frühen Donnerstagmorgen befinden wir uns im Bereich von 13.200 Punkten, also dann unverändert hier im Vergleich zum Vortag. Gut, für den heutigen Donnerstag befindet sich die Signallinie bei 13.180 Punkten. Darüber wäre dann mit weiterer Stärke zu rechnen für den heutigen Tageshandel. Der Short-Bereich würde sich dann zwischen 13.200 und 13.250 Punkten befinden und der Long-Bereich dann deutlich höher bei 13.080 bis 13.120 Punkten. Wir sind wieder im Long-Modus, der Kreis ist wieder auf blau gedreht, insofern gehen wir eher von weiter steigenden Kursen aus. Allerdings befindet sich der DAX hier auch vor einem Widerstandsbereich im Bereich von 13.200, 13.300 Punkten und es bleibt dann abzuwarten, ob wir hier nach oben durchbrechen können. Möglicherweise kriegen wir die nötigen Impulse dann am Nachmittag vom Jackson Hole Symposium. Möglicherweise gibt es hier aber auch eine Enttäuschung und dann wieder einen Abverkauf. Gut, damit wären wir dann erstmal wieder durch für den heutigen Donnerstag mit dem ING Markets Morning Call. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im heutigen Handel und ich melde mich dann am morgigen Freitag wieder mit dem ING Markets Morning Call.